Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Ja, versuchen wir mal unser Glück. Gestern sollte es nicht sein mit unseren Verlustängsten und meinem persönlichen Video. Mal schauen, ob wir es jetzt hinkriegen. Ja, ich begrüße euch recht herzlich hier bei mir auf meinem Kanal himmlische Botschaften.de und bei mir Christel Weiß. Ich bin HP Psychotherapeut, Therapeutin für systemische Ausstellungen, Meditationskursleiter schon ganz lange spirituell-psychologische Lebensberaterin und auch Hypnose-Therapeutin. Ja, alles das zusammen macht mich aus. Sicherlich auch meine Lebenserfahrungen und die sind genauso in diesen Videos integriert wie auch meine beruflichen Erfahrungen. Und ja, deshalb immer die Videos, wie sie kommen, auch mit gewissen Hinweisen in eure Richtung. Entschuldigung, wo ihr euch vielleicht anzugucken habt oder vielleicht nochmal hingucken solltet, weil da alte Themen hochkommen. Ja, das ist der Weg. Der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel, sondern das Ziel ist Licht, Liebe und vollkommen sind wir alle. Wir laufen zum momentanen Zeitpunkt alle auf unserem Entwicklungsstand und das sieht bei jedem auch anders aus. Ja, je nachdem, was ihr euch da mitnehmt, wie weit ihr euch entwickelt habt, was ihr für Erkenntnisse für euch selbst gewonnen habt und daraus sicherlich auch eure Wahrheiten und Weisheiten, die ihr dann auf dem Weg durch euer Leben für euch bekommt, die grundsätzlich nichts mit den Wahrheiten von anderen zu tun haben müssen. Durchaus das eine oder andere ist vielleicht da kompatibel. Das ist so, aber jeder darf und soll auch seine Erfahrungen machen. Dafür ist er ja da. Wir sind in der Schule des Lebens. Und zwar jeder für sich selbst und jeder auf seiner Position und auf seinem Posten. Und deshalb haben wir auch letztendlich gesehen, diesen Weg vor uns mit unseren Aufgaben. Ja, diese Verlustängste, die da hochkommen, ist etwas, was sich unter den normalen Bereich Angst fällt. Wir haben Angst, klar, die sitzt am Stammhörn. Wie auch die anderen Gefühle, wie Liebe, Freude, Hass, Wut, Zorn, Trauer und, und, und. Da hat sie ihren Platz und das ist auch ganz gut so, denn die schützt uns mehr oder weniger vor Gefahren. Aber das ist nicht gleichzusetzen mit Verlustangst, Existenzangst und, und, und. Nein, diese Angst oder diese Ängste habe ich für mich mitgenommen, angenommen. Vielleicht wurden sie auch übertragen seitens der Eltern. Es kommt größtenteils viel aus der Kindheit. Manche sagen, ich habe eine tolle Kindheit gehabt, da war das alles nicht und man hat hinter mir gestanden und, und, und. Jeder Psychologe, Therapeut, nicht nur HP-Psychotherapeuten, sagen auch, es gibt überall immer mal auch ein Manko, auch wenn es noch so toll war und seien es nur Glaubenssätze der Eltern, die da irgendwo mal in meinem Leben eine Rolle gespielt haben und mich auch geprägt haben, die ich mitgenommen habe. Wir sind hier jetzt bei der Angst. So, woher kommt die nun? Gehen wir mal in die Kindheit. Und ich muss heute sagen, wenn ich unsere Kinder sehe, die funktionieren also schon relativ früh. Man überlege, die müssen in die Krippe. Kindergarten, Schule haben jeden Tag schon acht Stunden abzuleisten mit Aufstehen, Kindergarten und wieder nach Hause kommen. Also das ist für die auch ein Arbeitstag. Da muss man sich mal reinziehen. Und letztendlich gesehen haben die, wenn die sehr früh gehen, noch gar nicht die Möglichkeit, sich zu entwickeln, sich auszuprobieren, Erfahrungen zu machen für sich selbst, selber alleine kreativ zu sein oder auch wirklich mal, ja, sich selbst kennenzulernen. Ja, sie müssen also schon recht früh in einen Hort und da müssen sie auch schon funktionieren, wie sich die Gesellschaft der Kindergarten, die Kindergärtnerinnen oder wie auch immer sich das alles vorstellen, einfügen, unterordnen und anpassen. Wir sind also schon mittendrin in den Konditionierungen. Ja, und kommt ganz darauf an, wie es dann zu Hause weitergeht, wie Kinder vielleicht auch ihr Elternhaus empfinden oder auch spüren, dass man da manchmal auch zu sein hat, wie Mama, Papa das da erwarten oder Oma, Opa. Und dann muss ich mich so und so geben, damit ich dann auch gesehen werde, dass man mich vielleicht auch mal in den Arm nimmt oder mich überhaupt in den Arm nimmt, mir zeigt, dass man mich liebt und ich da ganz viel Bestätigung dann bekomme, was ich sonst vielleicht nicht kriege, wenn ich nicht artig bin und nicht lieb und nett und gehorsam und vielleicht auch noch ruhig nicht toben soll. Ja, das sind alles Dinge, die Kinder prägen. Wo Kinder schon relativ früh das Gefühl haben, ich bin nicht richtig. Wenn ich also nicht Kind bin, kann mich nicht auslassen, denn Kinder müssen sich auch erfahren lernen können in den Gefühlen, die sie ja überhaupt noch nicht kennen, wie Wut, Zorn, Trauer, Weinen, Lachen, Spaß haben und, und, und. Also diese gesamte Gefühlspalette, die im Stammhörn sitzt, die kennen das doch noch gar nicht. Die dürfen sich da noch ganz, ganz viele erfahren. Und wenn sie es nicht leben können, sich nicht ausleben können, hm, was entwickeln sich da für Kinder? So, jetzt funktionieren wir schon und, ja, Papa sagt, ich soll aufräumen und soll nicht so laut sein, der will seine Fernsehsendung gucken. Ja gut, dann gehe ich in mein Zimmer und dann bin ich alleine und dann spiele ich da. Und dann soll ich jetzt bitte sofort alles stehen und liegen lassen, wenn wir jetzt Abendbrot essen wollen. Vielleicht habe ich ja noch gar keinen Hunger. Naja, aber es ist jetzt so und ich muss da jetzt hin und dann muss ich mich waschen und dann muss ich mich anziehen und was weiß ich noch, was ich noch alles muss. Das ist sicherlich alles normal, ja, aber guckt mal hin, wie wurdet ihr behandelt? Wie wurdet ihr angenommen? Wie wurdet ihr bestätigt? Hat man sich Zeit genommen? Für euch hat man euch zugehört? Was ihr für Sorgen, Ängste, Zweifel, Freude, was auch immer habt oder hattet? War jemand da, wenn es einen Engpass gegeben hat, weil da mich jemand in der Schule mobbt oder mich geschlagen hat oder was weiß ich nicht noch? Was habe ich dann zu hören bekommen? Was habe ich generell zu hören bekommen, wenn ich vielleicht mal hingefallen bin und ich habe mir da wehgetan? Wenn ich in den Arm genommen wurde, wurde ich getröstet? Oder ach, stell dich nicht so an, das geht auch wieder vorbei. Und wenn du groß bist und verheiratet bist, dann ist das nicht mehr da. Ja, da hat jeder höchstwahrscheinlich etwas anderes erlebt. Aber diese Verhaltensweisen, diese Aussagen, dieses Ich-soll-mich-so-benehmen, führt alles in Konditionierung, führt alles in Glaubenssätze und Mustern. Streckenweise leben mir meine Eltern vielleicht auch noch was vor, die jetzt nicht viel Geld haben, da muss man immer ums Geld kämpfen, wir müssen viel arbeiten, wir haben nicht viel Zeit und da müssen wir immer rechnen. Dann lebt man mir Mangel vor. Vielfach ist das bei Personen dann anders, wenn die Erwachsener sind, die wollen das so nicht und dann haben die diesen Glaubenssatz, diese Prägung, ich will nicht arm sein, nein, und ich will nicht rechnen, ich muss immer Geld haben, dann geht es mir gut und dann bräuchte ich keine Sorgen haben. Ja, die jagen aber dann dem Erfolg hinterher und dem Geld und das ist Fokus. Ja, alles andere dann nicht, ich dann nicht so und ich selbst bin vielleicht dann nicht so ganz wichtig, sondern alles andere. Dann wird einem vielleicht auch noch vorgelebt, oh, wir haben jetzt Geld und ich kann mir alles erlauben, andere Kinder haben nicht die Möglichkeiten und das ist toll und ich muss Erfolg haben, weil dann bin ich gut, dann kriege ich das Geld, mit dem ich immer alles mir kaufen kann, was ich gerne hätte und, und, und. Das ist wieder die andere Richtung, das geht dann auch in die Finanzlage. Ich muss das und das werden, um das und das zu haben. Ja, jetzt habe ich das gemacht, ich bin da vielleicht auch meinen Eltern gefolgt und habe vielleicht auch noch das studiert oder das gelernt, was ich glaubte, richtig für mich zu sein und meine Eltern glaubten das vielleicht. Ja, jetzt bin ich da und irgendwie bin ich immer noch nicht zufrieden. Was könnte das Nächste sein? Gut, dann machen wir das noch und dann, und wenn ich das habe, ja, dann ist das ja nochmal und dann kriege ich noch mehr Geld und dann kann ich mir noch mehr, und dann kann ich das und das, dann kann ich das leben, dann kann ich reisen, dann kann ich mir das Haus bauen und dann kann ich dieses und dann kann ich jenes. Dann bin ich aber auch da und dann bin ich immer noch nicht zufrieden und dann jage ich wieder dem Nächsten hinterher. Was hat das jetzt alles mit Verlustangst zu tun? Da steckt schon die Verlustangst drin. Ich habe Angst, wenn ich kein Geld habe, dass ich in meinem Leben verloren bin, dass ich Verluste erleide, weil vielleicht habe ich ja auch erfahren, es gab wenig Geld und dann ist Mama oder Papa gegangen, weil die wollten das wohl nicht weitermachen. oder ich habe viel Geld und da jagt immer nur einer dem Geld hinterher, arbeitet ganz viel, kümmert sich im Endeffekt aber nicht um Frau und Kinder und dann geht die Frau vielleicht auch mit den Kindern und dann erleiden die Kinder auch Verluste. Also kann ja Geld gar nicht so toll sein, weil der hat ja keine Zeit für mich. Das ist ein Part. Auf der anderen Seite dann natürlich, aufgrund dessen Eltern haben keine Zeit, Eltern haben andere Prioritäten und dem jagen sie nach. Also haben sie auch nicht so viel Zeit für mich. Also bin ich irgendwie scheinbar nicht so ganz wirklich wichtig, egal was ich hier anstelle. Man sieht mich nicht und ich habe wieder Angst, mich gesehen, nicht geliebt, nicht beachtet zu werden. Man ist nicht da, man hört mir nicht zu, ich bin alleine. Gut, kann ich nur hoffen, da geht es schon los, dass ich alleine sein kann. Ich kann mich auch mit mir beschäftigen. Wenn das nicht so ist, dann sende ich nicht nur allein sein aus, sondern ich sende auch Einsamkeit aus, weil ich das nämlich dann in mich selbst verdrängt habe. Ich möchte nicht alleine sein. Ich fühle mich dann alleine und einsam, nicht gesehen, nicht geliebt, nicht beachtet. Es steht keiner hinter mir. Und darum brauche ich die anderen. Und darum laufe ich den anderen hinterher. Und möchte diese Bestätigung, möchte gesehen werden, das tue ich dann nicht nur in der Kindheit, sondern tue das dann auch im Erwachsenensein, hinter den Partnern, laufe ich dann her. Ja, ich bin vielleicht aufgrund meiner Erfahrungen auch dann irgendwann misstrauisch, weil die Beziehungen nicht funktionieren, weil ich da belogen, betrogen worden bin oder sich immer wieder jemand zurückzieht. Da kommen auch wieder ganz viele Ängste hoch, auch alles in dem Fall Verluste. Ja, nur diese Verluste sind insoweit auf der einen Seite normal, wenn ich da auch relativ schnell wieder rauskomme. Wenn ich mir selbst, oder wenn ich soweit mittlerweile in mir selbst gefestigt bin, dass ich sage, gut, der geht da seinen Weg, der muss da seiner Arbeit nachgehen und das sieht da als Priorität an. Ich werde dieses und jenes mal äußern und ja, wenn nicht, dann lebe ich mein Leben in dieser Partnerschaft und vielleicht hat man ja hoffentlich dann noch ein gemeinsames. Ja, und wenn nicht, wird sicherlich diese Partnerschaft irgendwann auseinander gehen, wenn wir nicht wieder aufeinander zugehen und nicht einen Mittelweg finden. Ja, das ist dann, hat dann natürlich auch wieder was mit Angst zu tun. Weil ich ja hier auch in dieser Situation ein bisschen ausgesetzt bin, auch wenn ich ganz viel Verständnis mitbringe, aber da ist ja immer noch dieses Quäntchen Sehnsucht in mir. Ich möchte doch aber so und so leben und ich möchte Spaß haben und Freude haben und mit dem anderen sein. Aber wenn ich jetzt hier gehe, dann verliere ich all das, was ich mir aufgebaut habe mit dieser Frau oder mit dem Mann und dann, nee, ich muss da dran festhalten, dann ist da wieder Angst da. Also ihr merkt schon, das zieht sich wie ein roter Faden durch viele Bereiche. und wenn man für sich selbst immer mal wieder in den Tritt kommt, sich selbst einen Tritt verpasst und wieder in seiner Mitte ist und weiter geht, dann auch mit dem anderen auch vielleicht in eine Veränderung für sich selbst, dass ich für mich neue Ziele setze und die nächste Tour, sei es drum, in ein neues Kapitel meines Lebens oder ich ziehe in eine neue Wohnung, ich verlasse mein soziales Umfeld, weil ich hier mich nicht mehr angenommen, verstanden sehe, es macht mich allerhöchstens krank, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten beziehungsweise Dinge, die da sein können, ich aber den Schritt mache. Es geht immer um den nächsten Schritt, den Schritt über diese Angst zu tun, um weiterzukommen für sich selbst, nicht nur in seiner eigenen Entwicklung und somit stärker, kraftvoller, selbstbewusster, sich selbstliebender wird, zu sich auch mehr steht und somit für sich selbst in seinem Seelenwachstum weiterkommt. Wenn ich aber stehen bleibe, Angst habe vor dem Schritt, über diese Angst zu steigen und den nächsten Schritt zu tun, dann bleibe ich in meiner Komfortzone, dann bleibe ich in meinen Verhaltensweisen, Mustern, Glaubenssätzen, dann verändere ich dann nichts und dann kann sich im Außen auch nichts verändern, denn wie innen, so außen. Ja, dieses wie innen, so außen heißt, ich habe all das in mir abgespeichert, das sitzt in meinem Unterbewusstsein, arbeitet da ständig vor sich hin, seit meiner Kindheit, Jugend, wie auch immer, an und in meinem Erwachsenenalter, wenn ich dahin gucken kann, wenn ich also mit diesen Gefühlen, mit denen ich als Kind nicht umgehen konnte in Situationen, ich dann aber in die Verarbeitung gehen kann, ich bin dann alt genug und dann darf ich, das sagt man vom Psychologischen her, diese Gefühle annehmen. Was bedeutet, sie anzunehmen, diese Angst, sie ist da, ich fühle sie, ich weiß auch, woher sie kommen, wer damals Verursacher des Ganzen war und heute die Person, die das ausgelöst hat, das muss nicht immer Partner sein, das können auch Chefs, Kollegen, Freunde, von mir aus auch die Familie sein, die das hier wieder an in mir triggern, darum sind sie Auslöser und ich habe mir das jetzt anzugucken. Ja, das heißt, ich, man sagt im Psychologischen, ich sollte es annehmen, was heißt durchleben. Ich durchlebe oder ich nehme das an, das Weinen, was jetzt in mir hochkommt, von mir weine ich dann ein paar Tage, wenn ich weiß, wo ich es denn einzuordnen habe, dann ist das nicht so dramatisch, als wenn ich es an jemandem festmache und glaube, der hat mich jetzt da verletzt. Nein, da sollte ich rauskommen aus diesen Überlegungen und durch dieses Gefühl, von mir ist auch Wutzorn, zu gehen oder Traurigkeit, weil ich hier wieder nicht gesehen, nicht geliebt, nicht beachtet wurde oder man redet nicht mit mir, man ist nicht für mich da, wenn ich mal jemanden brauche, ich bin wieder alleine, ich habe doch aber gemacht, warum sieht man mich denn nicht? Siehst du dich selbst? Achtest du dich selbst? Respektierst du dich? Hast du gelernt, dich wert zu schätzen? Achtsam mit dir umzugehen? auf dein Inneres, auf deinen Körper zu hören, denn da sind vielfach Merkmale, Symptome, die sich dann äußern, wenn ich in der Hilflosigkeit, in der Unmacht und in der Sinnlosigkeit, in der Traurigkeit, in der Verletzlichkeit hänge. Mein Körper zeigt mir, wo meine Schwachstellen sind und dann habe ich auf meinen Körper zu achten. Wenn ich also ständig in einer Beziehung bin, wo ich immer wieder an dem selben Punkt ankomme und ich fühle mich darin nicht mehr wohl, vielleicht werde ich hoffentlich nicht auch noch krank, dann ist das Alarmzeichen hoch drei, dass ich hier mit Sicherheit verkehrt bin und ich ganz gewaltig etwas zu verändern habe. Nicht mehr diese Beziehung, die kann ich eh nicht verändern und den Mann oder die Frau, die Person, die da gerade beteiligt ist, auch nicht, das gilt auch für Arbeitsplätze oder Arbeitsstellen, sein, sondern ich kann zum einen das Gespräch suchen, Kommunikation zu lernen wäre wichtig, dann möchte ich mit dem anderen reden, dann kläre ich hoffentlich die Dinge und wenn nicht, gibt es bei Arbeitsstellen meistens auch noch den Betriebsrat, man muss sehen, hinter wem das steht, manchmal steht er leider hinter der Geschäftsführung auf der anderen Seite, aber auch da dann das Thema, ich habe meinen Part erledigt, ich bin da gewesen, ich habe mich bemerkbar gemacht, ich habe die nötigen Stationen aufgesucht, habe Gespräche gesucht, komme hier vielleicht nicht weiter, also heißt das im Endeffekt für mich, wenn mich das Ganze krank macht, dann sollte ich vielleicht diese Arbeitsstelle wechseln, oder sollte mit dann der Geschäftsführung oder dem Personalrat hier Lösungen finden, dass man hier gemeinsam eine Lösung für beide Seiten im Einvernehmen findet, das wäre zumindest dann ratsam, also krank werden, egal ob es jetzt Überarbeitsthematiken sind oder auch in einer Partnerschaft, nein, dafür bin ich nicht hier und ich muss nicht alles ertragen, ich muss mir auch nicht alles anziehen, ich muss auch nicht alles auf mich beziehen, darum ist es ganz wichtig, auch eben die Gespräche zu führen, meine Unsicherheiten, Unklarheiten somit auflösen zu können und ich habe dabei auch noch gelernt, zu mir zu stehen und mich zu äußern, hinter mir zu stehen, einzustehen für mich, es ist ein ganz, ganz großer Wachstumsschritt. wenn ich dann auch noch feststelle, dass das gar nicht so dramatisch ist und wenn ich da über die Angst steige und endlich mal was sage, sondern die erkennen mich ja an, die hören mir ja zu und plötzlich setzt sich auch irgendwas in Bewegung, es muss ja nicht immer negativ ausgehen, es kann ja auch plötzlich in die andere Richtung gehen, dass es positiver weitergeht, ich musste halt nur mal was sagen, damit man erkennt, ich lasse mir nicht alles gefallen, ich funktioniere nicht nur, ich habe auch noch eine eigene Meinung und eine Vorstellung, das ist wichtig, so ist der Weg, so komme ich einmählich da raus, es gibt sicherlich auch noch andere Methoden, um aus Verlustangst zu kommen, wenn sie wirklich extrem werden oder heftiger, also wenn sie ganz stark werden, können sie auch in eine Angststörung gehen und dann wird es haarig, also von daher würde ich dann schon anraten, da auch einen Therapeuten aufzusuchen und mir da mal Hilfe zu holen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, nicht nur Psychotherapie oder Psychologie, gibt auch Verhaltenstherapie oder ja auch Energieübertragungen, Quantenheilung und 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 ich habe mich so mit den allgemeinen gängigen Heilungsmethoden so noch nicht weiter auseinander gesetzt, aber ihr vielleicht, auf der anderen Seite muss mir aber auch klar werden, es sind Therapien und die lösen nicht das Problem und die können mich unterstützen, das heißt aber auch ich habe noch daran zu arbeiten, ich muss auch noch selber damit arbeiten an mir, um dieses Thema loslassen zu können, bearbeitet zu haben, um davon frei zu sein und das ist immer ein Weg und das ist sicherlich nicht in Wochen umzusetzen, dafür heißt es, muss ich, ich sage bewusst jetzt öfter muss, auch für mich selbst, Geduld, Mitgefühl, Verständnis, Zeit mitbringen und auch das Verständnis dafür, dass ich mal einen Rückschritt tue und dann das doch wiederhole, was ich eigentlich nicht mehr wollte, es nutzt auch nichts mehr, dann Vorwürfe zu machen, nein, das ist ganz normal, das heißt, gut, ich setze da einen Stopp, ich bin gerade da wieder, ich sage nicht, ich wollte das nicht, ich bin blöd oder sonst was, nein, ich ziehe mich damit ja wieder selbst runter, ich setze mir einen Stopp, ich mache es nächstes Mal besser, ich drehe mich gleich in eine andere Richtung und mache es jetzt schon mal anders, wenn die Möglichkeit besteht, das darf auch jeder für sich selbst entscheiden, denn Situationen sind ja auch nun mal immer anders, da kommt es dann natürlich auch auf die Flexibilität eines jeden selbst an, manchmal ist es so, dann stecke ich auch noch ein bisschen drin, dann hole ich erstmal Tiefluft und denke ich, was war das denn jetzt gerade wieder und dann fehlt mir plötzlich die Überlegung, dann fehlt mir der Gedankengang, dann weiß ich gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll und muss erstmal wieder bei mir ankommen und dann kann es schon mal sein, dass ich dann vielleicht erst nächsten Tag nochmal das Gespräch beginne gut, dann kann natürlich von der anderen Seite kommen, was mal wieso kommst denn heute damit, hättest du mir das gestern nicht sagen können, nein, ich brauchte eben so lange dafür, ich musste erstmal wieder bei mir ankommen, weil mich das jetzt komplett überrollt hat, ja, auch da muss ich mir das nicht anziehen, wenn solche dummen Sprüche kommen, die anderen haben etwas zu dir gesagt, du warst da erstmal sprachlos, weil du in dem Moment nicht damit gerechnet hast und wenn du dann nochmal das Gespräch suchst, ist das dein gutes Recht, dann hast du eben diese Zeit gebraucht, dann hast du auch darüber nachgedacht und dann kannst du, dann reagierst du nicht, sondern du agierst, das heißt, ich gehe nicht in den ersten Impuls und werde auch laut oder mache dem anderen eure Vorschriften oder Vorwürfe oder verletze den auch noch, wie ich mich vielleicht verletzt sehe, denn das ist dann meistens nicht rückgängig zu machen, sondern ich habe die Möglichkeit, mir das klarzumachen, was gesagt wurde und was ich darauf entweder erwidern möchte oder ich lasse es so stehen, weil das ist die Ansicht, Meinung des Anderen und das ist seine, aus welchen Impuls heraus das jetzt auch immer kam, entspricht aber jetzt nicht dem, dass ich jetzt darauf reagieren muss oder agieren soll, sondern ich lasse es jetzt ganz einfach mit stehen. Wenn es nochmal kommt, dann werde ich da sicherlich dann anders darauf antworten. manchmal ist auch das Schweigen besser als das Reden aber das darf man dann auch lernen und wann Schweigen dann Gold ist und reden selber aber in dem Fall ist es etwas was man auch auf diesem Weg lernt und wenn ich diesen Weg weiter gehe ich selbst am Anfang das Vertrauen verloren habe in mich selbst in die anderen in meine Eltern oder je nachdem wer da war weil ich alleine war weil ich auf mich gestellt wurde und 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 dieser Weg bringt mich zurück in mein Vertrauen zu mir selbst und wenn ich weiter gehe auch ins Urvertrauen zurück also das kann ich euch jetzt von mir bescheinigen das würde ich auch ohne weiteres unterschreiben weil das hat sich auch auf meinem Weg so ergeben ja wie gesagt es gibt eine ganze Menge andere Möglichkeiten noch um in dem Moment mit dieser Verlustangst umgehen zu können wie man das auch ein bisschen handhaben sollte und 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 aber auch hier wie gesagt es wird ein Webinar darüber geben was jetzt nicht Wochen und Monate dauert nein und es wird sich auch im bezahlbaren Bereich aufhalten wenn euch das interessiert gerne es wird höchstwahrscheinlich dann auch Ende März Anfang Mai damit losgehen ja das gebe ich euch mal mit und wie gesagt wenn es zu arg ist weil es gibt auch krankhafte Verlust Angst die wie gesagt sich in Angststörungen auch verändern kann dann sollte ich mir Hilfe holen wenn ich also wirklich dann mich nicht mehr raustraue und da die Leute traue und ähnliches dann ist es schon ziemlich hart an der Grenze und dann bedarf es wirklich mal eines Therapeuten ja ich bedanke mich für euer zuhören vor allen Dingen für eure Zeit euer reinschauen ich wünsche euch noch einen schönen Abend wir hören uns heute Abend bestimmt nochmal alles Liebe bis dann bye bye ja da war das Hubkonzert schon draußen bis dann ciao ciao